Sie ist nicht du und ich, aber irgendwie auch nicht. Sie ist ein Vampir. Hey, Mona! Alle Monster dieser Welt, eure Tage sind gezählt. Sie ist ein Vampir. Hey, Mona! Keine Angst vorm schwarzen Mann, denn der kann nichts, was sie nicht kann. Steckt sie die spitzen Zähne rein, kann nur sie der Sieger sein. Sie gewinnt. Ja! Monster, Zombies, Mumiengeister finden endlich ihren Master. Was wollen die hier? Hey, Mona! Sie ist ein Vampir. Hey, Mona! Ein netter Vampir. Hey, Mona! Sie ist nicht du und ich, aber irgendwie auch nicht. Mona ist ein Vampir.